Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer kleinen Minifolge Minecraft Overdrive, gerade mal ohne Musik. Ich wollte eigentlich gerade nur ein bisschen, ich habe noch gerade nebenbei auf einer Singleplayer-Map, ähm, darf man anlaufen, so eine Trench-Map, wollte gerade weiterspielen, auf einmal lande ich hier auf dem Server, keine Ahnung wie, alles lustige ist. Ich kann nicht runterfallen, ich fliege irgendwie. Irgendwie ist gerade mein Minecraft ein bisschen sehr buggy, ne, also, ich habe keine Ahnung wie ich drauf kommen könnte. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, seit Windows ist das super vorangegangen. Ja, na Küchen? Alter, der drückt mich voll weg. Oh, unsere wundervolle Heimat hier, ich gehe mal kurz ins Lager, ne. Alter, das ist so viel schweig. Oh, das funktioniert ja super. Ja, und sonst so? Willkommen bei Microschrott. Ich feiere das gerade abgetan von Damage. Nö. Nö, ich bin im Kaktus. Ach ja, ich liebe Microsoft manchmal. Weil, einige der beschissensten Produkte der Welt, die trotzdem overhyped sind. Ganz ehrlich, scheiß mal auf, viel hat die Fehler in allen Teilen, Microsoft, Fehler wirklich in allen Teilen, die es gibt. Alter, nein. Jetzt wollte ich mal so ganz kurz gezeigt haben. Vor allem, wenn ich hier springen, bringt das gar nichts. Kann ich eigentlich jetzt hier was? Ich kann nicht mal so. Okay. Äh, okay. Hier rein? Hier runter kann ich auch nicht, ne? Nö. Ja, super. Dir gebe ich die Schuld. Leute. Ich kann doch nicht, weil die Schafe angehelfen. Kann ich hier abschießen? Kann ich Wasser platzieren? Anscheinend. Trinkt aber sehr viel. Okay. Alles klar. Gut zu wissen. Ja, das war so zu kurz zwischendurch. Fand ich gerade mal lustig. Dachte ich, ich kann dich mal zeigen. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.